Like Nastja! Hi! Lass uns unsere Nägel lackieren! Okay, los! Wow! Naomi, das ist nichts für Babys! Ich will das auch! Mir ist langweilig! Ich hab ne Idee! Danke! Nastja, kannst du ein Aufkleber auf meine Nägel machen? Ja! Schau, die Puppen haben keine Kleider! Ja, sie haben wirklich keine Kleider! Wir können Kleider für die Puppen machen! Wir brauchen Balance! Yay! Nein, 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 nicht so! Der Rock ist fertig! Und das Shirt! Und das Kleid ist fertig! Danko! Lass uns Anbänder machen! Mir ist langweilig! Naomi, nein! Nastja, wir müssen sie ablenken! Hast du Spielzeug für Naomi? Oh ja! Hm! Hm! Der Ball ist kaputt! Och! Keine Sorge, Naomi! Ich weiß, was wir machen! Wir müssen Wasser in den Ballon machen! Jetzt machen wir diesen Ballon in diesen Ballon! Schau, was dabei rauskommt! Hier, Naomi, neues Spielzeug für dich! Danke! Ich hab so'n Hunger! Ich will was essen! Ich will Pizza! Naomi, das ist eine schlechte Idee, ungesundes Essen zu essen! Oh, ich weiß! Wir machen eine gesunde Pizza! Komm her, schau! Wir dekorieren die Pizza mit Erdbeeren und Obst! Naomi, die Pizza ist fertig! Lecker, danke! Danke! Und so'n Gemüche! Meine Kleider sind dreckig! Naomi, keine Sorge, wir ziehen dich um! Ich hab was für dich! Yay! Oh, das ist super! Das find' ich toll! Nastja, komm, wir machen ein paar Bilder! Gute Idee! Jetzt das Papier reinmachen! Wow! Was ist das? Naomi, Süßes ist nicht gut für dich! Ich hab' ne Idee! Gesunde Süßigkeiten! Super! Oh, das ist echt lecker! Danke! Was'n' das? Oh, ich weiß, was wir machen! Hooray! Fast fertig! Naomi! Danke! Das ist toll! Okay, Mama, wir kommen! Nastja, danke, dass wir kommen durften! Aber jetzt müssen wir nach Hause! Ihr seid immer willkommen! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020